Abschalten 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 Also das mit den Pappen, darum geht es hier gleich sowieso Jeder der eine Pappe hat, der fischt die bitte aus dem Rucksack, aus der Hosentasche, aus der Jackentasche Denn gleich kommen unsere Klatschpappen nochmal groß zum Einsatz Bevor es dunkel wird, lohnt es sich auch nochmal einen kleinen Gruß an unsere beiden Kletterer an der Säule zu schicken Das ist ein super Weg, was ihr die ganze Zeit hier aufrechterhalten habt Die beiden Klettererinnen wollen jetzt die Säule verlassen Vielen, vielen Dank für die coole Aktion Wir bitten beim Herunterkommen die Polizei, darum wirklich die Verhältnismäßigkeit zu machen, halten sich zurück Es wäre sehr gut, wenn Leute, die dort in der Nähe stehen, ein bisschen darauf achten, dass der Abstieg friedlich gelingt Es ist nicht nötig, dass dann irgendjemandem herumgezerrt wird bei dieser Gelegenheit Und jetzt wollen wir das mit den Klatschpappen nochmal probieren Also das ist ja eine ganz tolle patente Faltung, dieses Pullen Da kann man laut mit Krach machen Wir wollen erstmal nur mal gucken, ob wir laut hinkriegen Und zwar mit sichtbar Laut die Hände mit der Pappe über den Kopf Und klatschen Und klatschen Lauter, lauter Jawoll Und dann haben wir uns gedacht Man kann das noch verfeinern Denn im Prinzip sind wir hier dabei den Beat der Energiewende zu prägen Und wir haben vor allem, dass du mit auf die Bühne gebracht Einen Slogan minimal modifiziert Wollen wir den jetzt mit den Klatschpappen nochmal untermalen Wie ging das noch? Einmal noch ganz kurz Keine Kohle, kein Atom Dezentraler Ökostrom Keine Kohle, kein Atom Dezentraler Ökostrom Keine Kohle, kein Atom Dezentraler Ökostrom Unsere tollen Pappen Merken, den Rhythmus brauchen wir gleich nochmal Die tollen Pappen haben auch eine Botschaft Wenn ihr die jetzt aufspannt und hoch über eure Köpfe haltet Gibt es hier nochmal ein super Bild von der Bühne Viele, viele schwarze Schilder kommen jetzt in die Höhe über der gesamten Kundgebung Immer mehr die Kameras, die hier Glück haben gezückt zu sein Da fangen ein tolles Bild an Kohlekraft stoppen steht hier viele, viele Male Über den Köpfen unserer starken Demonstration Wir müssen diese Botschaft immer weiter an diese Beton- und Kohleköpfe herantragen Denn es funktioniert nicht Eine Energiewende zu machen Und die Kohlekraftwerke bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag verlängern zu wollen Wir sind heute hier, um die Energiewende zu retten Und deshalb, jetzt merkt man, dass wir einen kleinen Fehler gemacht haben Man kann die Pappe leider nicht so drehen Man muss sie nämlich so drehen Aber Pappe drehen kann man Die Energiewende retten Dazu haben wir hier heute ein ganz, ganz starkes Signal gesandt Ich sehe viele, viele Schilder Rote Sonnen vor Grün, Blau und Gelb Ein super Bild Und jetzt kombinieren wir das Jeder Zweite Jeder Zweite nimmt das Schild runter Jeder Zweite nimmt das Schild runter und faltet es wieder Und dann können wir nämlich jetzt nochmal oben drehen auf Kohlekraft stoppen Und die, die die Dinger wieder zusammengefaltet haben So ungefähr jeder Nachbar und jeder Zweite zusammenfalten Und wieder mit dem Slogan Keine Kohle, kein Atom Dezentraler Ökostrom Keine Kohle, kein Atom Dezentraler Ökostrom Eine Kohle, kein Atom Dezentraler Ökostrom Keine Kohle, kein Atom Dezentraler Ökostrom Das war schon eine super Geschicklichkeitsübung und es ist mehr als das, was wir hier als symbolische Aktion machen, findet seine Fortsetzung an vielen, vielen Orten mit unserer Widerstandsarbeit, mit unserer Arbeit für regenerative Energien, mit den Alternativen gegen die großen Energiekonzerne. Das war's, das war's, das war's.